Wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Wir werden zurückschauen und erstmal nachgucken, wie die Wirtschaft in Nordhessen zurzeit aufgestellt ist und dann am Weg nach vorne tun. Wenige Stichworte, Arbeitsplatzentwicklung. Ich glaube, wir können heute sagen, es hat noch nie zuvor so viele Erwerbstätige in Nordhessen gegeben wie heute und noch nie so viele Arbeitsplätze. Das Wichtigste ist für die Zukunft, für unsere Zukunft, die Selbstbewusstsein zeigen. Das Thema A44, das ist natürlich auch ein Phänomen gewesen, den man erschaffen kann, eine Autobahn so lange zu planen und zu bauen mit den Anfangsfehlern, die damals gemacht worden sind, wenn es um das Planungsrecht geht. Und insofern ist da heute vieles aufgearbeitet worden, was der Region, glaube ich, gut tut. Die Energiewende wird eine mega Herausforderung, sie ist eine mega Herausforderung. Das gilt nicht nur für die Bereichsseite, das gilt für die Frage der Versorgungssicherheit. In Zukunft geht es noch stärker darum, die Verzahlung von Wirtschaft und Universität sicherzustellen. Nordhessen brecht auf, Nordhessen erobert Wiesbaden. Ich muss hinzufügen, für die Nicht-Nordhessen, dies ist nicht die feindliche Übernahme Nordhessens für ganz Essen, sondern die feindliche Form der Übernahme. Vielen Dank.